Musik Fahren, rattern, fahren. Mit Grigori Pasco, Kapitän zur See und Häftling. Musik Auf heißer Schiene, ins frostige Sibirien, zu Irina. Auf der Transsib, der legendären Transsibirischen Eisenbahn. Von Moskau nach Wladiwostok. 9000 Kilometer Schiene. Doch noch trennen uns Tage vom Pazifik. Musik Noch einmal heizt Wladimir Timofijewitsch das alte Dampfrost. Extra für uns. Musik Musik Am Platz der drei Bahnhöfe beginnt unsere Fahrt. Musik Doch noch steht der Zug im Depot. Musik Rasia, Russland, heißt unsere Transsibirische Eisenbahn. Musik Im Jaroslawler Bahnhof spielt Pavel Pavlovitsch russische Romanzen. Alte Liebeslieder. Es war seine Idee, die Reisenden mit wehmütiger Klaviermusik in die Ferne zu schicken. Musik Und die Transsib, sie ist doch selbst eine Liebesaffäre. Musik Noch vier Stunden bis zur Abfahrt. Musik Moskau, Kilometer Null. Grigori Pascoe begleitet uns nach Wladiwostok. Auf unserer Fahrt an den Pazifik, sieben Zeitzonen und 9288 Schienenkilometer von Moskau entfernt. Musik Letzte Verabschiedungen, der Weitje heißt es, nun mal los. Rassia, der Zug Russland, macht sich auf, das Land Russland zu durchqueren. Weit wie ein Kontinent. Musik Von Moskau, Russlands mächtiger Hauptstadt, über den Ural, der Europa- und Asien-Trend, den Baikal-See entlang nach Wladiwostok, am goldenen Horn des Pazifik. Für unseren Begleiter, Grigori Pascoe, ist das auch eine Reise in die Vergangenheit, mit schlechten und guten Erinnerungen. Ich kehre in meine Jugend zurück, denn meine Karriere in der sowjetischen Kriegsmarine begann ich in Wladiwostok, als junger Leutnant. Im Winter ist es in Wladiwostok eher unangenehm. Kaum Frost, eher kalte Nässe. Na, gelegentlich Frost. In einem Gedicht heißt es, den Ort, wo es mich jetzt nicht mehr gibt, spüre ich als Verlust. Als Tag, der aus dem Leben fällt. Mein Verlust heißt Wladiwostok. Dort entfahre ich jetzt, durch ganz Russland, um es neu kennenzulernen. Musik Ist bei Ihnen alles in Ordnung, fragt die Schlafwagenschaffnerin Galina. Sie und ihre Kolleginnen sind die Seele, manchmal auch die strengen Herren in des Zuges. Zu Sowjetzeiten waren sie oft gefürchtet, denn sie konnten auch rechte Besen sein. Marina Nikolajewna bringt Pascoe und mir Tee. Bei uns herrscht ein freundlicher Ton. Pascoe arbeitete als Journalist bei der Flottenzeitung. Da begannen seine Schwierigkeiten. Zweimal haben sie mich ins Gefängnis gesteckt, angeblich wegen Geheimnisverrats. Danach musste ich Wladiwostok verlassen. Gern wäre ich geblieben. Dort habe ich geheiratet, dort wurden meine Kinder geboren. Aber es ging nicht. Ich war als Verräter gebranntmarkt. Und bis heute haben sie Probleme mit der Arbeit? Ja, so ist das. Seit dem Jahr 2000, bis heute. Wenn eine Zeitung unseres in Anführungszeichen demokratischen Landes einen Artikel von mir haben will, soll ich die nicht unter meinem Namen schreiben, sondern unter einem Pseudonym. Ein nettes Trio. Und jede von ihnen kann viel erzählen über das Leben auf der Transsib. Lustiges und Peinliches. Das Anstößige aber behalten sie für sich. Ich gucke in ein Abteil. Da sitzt ein Koreaner mit einer Pistole. Pflegelt sich betrunken hin. Was tun, denke ich. Ich frage ihn, wozu die Pistole? Damit beschütze ich euch. Drei generelle Bechern ordentlich. Einer kippt um. Beim Aussteigen muss sein Kollege über ihn klettern. Mit einem Rollwägelchen. Der unten fuchtelt panisch mit den Armen. Ich sage, General, das ist doch kein Panzer, der dich platt macht. Nur ein Rollwägelchen. Ich frage ihn. Ich frage ihn. Schnee fegen, Eis abklopfen. Das gehört im Winter zu den wichtigen Aufgaben des Bahnpersonals auf der Transsib. Und auf jeder Station werden Postsäcke geladen. Die Waggonschaffnerinnen arbeiten im Schichtbetrieb. Nach Moskauer Zeit übrigens. Sechs Tage und sieben Nächte hin und dasselbe wieder zurück. Danach haben sie 14 Tage frei. Marina geht jetzt schlafen. Sie führt ein regelmäßiges, ein Fahrplanmäßiges Nomadenleben. Einmal versuchte sie, ihren Fahrplan zu ändern. Ich habe mal aufgehört zu fahren. Aber das hat nicht lange geklappt. Wie lange? Vielleicht 14 Tage. Dann kam ich zum Bahnhof und da hat es mich gleich wieder erwischt. Ich habe geheult und wieder angefangen. Ein Leben im Zug. Man richtet sich ein. Mit Tee und Sonnenblumenkernen. Kein alter russischer Samovar mehr. Heißes Wasser für den Kinderbrei fließt aus dem Elektroboiler. Der russische Winter schlägt auch ins Wageninnere und lässt Eisblumen erblühen. Gedränge herrscht im Zug Rassia winters nicht. Und für die eigene Unterhaltung muss jeder selbst sorgen. Die junge Mutter Marina fährt mit Töchterchen Diana nach Wladivostok. Eine Freundin begleitet die beiden. Diana fehlen im Zug Kinder, mit denen sie spielen könnte. Die könnten ja auf dem Korridor toben. So aber klebt sie die ganze Zeit an mir. Sechs Tage und sieben Nächsten. Vladimir Nikolajewitsch ist der Zugchef des Rassia. Er informiert die Passagiere, welchen der acht riesigen Eisenbahnbezirke, mancher größer als Westeuropa, sie verlassen und wann sie den nächsten Bahnhof erreichen. Im eher schleppenden Rhythmus der Schienenstöße haben wir uns längst auf der Transzip eingeschraubelt. Nach zwei Tagen erreichen wir den Oral, die etwas ungenaue Grenze zwischen Europa und Asien. Evgeni lebt in Europa, nicht auf dem Kontinent Europa. Sein Ort im dicht verschneiten Tann heißt einfach so. Europa entstand beim Bau der Transzip. Als Lager und Wohnort für die Bauarbeiter. Hier hielt auch einmal die Transzip. Das ist längst vorbei. Wir müssen die Elektritschka, eine Bummelbahn nehmen, um Evgeni in Europa zu besuchen. Das Lebensmittelgeschäft des Dorfes. Geschlossen. So sieht es an drei Tagen in der Woche aus. Evgeni hat heute Morgen schon vor seinem Haus Schnee geschippt. Er ist der Wassermann in Europa. Sein Arbeitsplatz, der Wasserturm. Der Turm diente früher auch als Wasserspeicher für die Dampfloks. Heute versorgt er das Dorf mit fließendem Wasser. Brunnen existieren in Europa nicht, weil sauberes Wasser nur in großer Tiefe lagert. Das Wasser ist sehr, sehr gut. Ganz sauber. Wir sind bei Evgeni, dem Hüter des Wassers in Europa, zu Hause. Was wir bei Unfällen oder schweren Krankheiten machen, wir halten Züge an, auch Schnellzüge. Das haben wir schon zweimal gemacht. Und was ist mit Autos? Was für Autos? Wozu? Wir haben doch gar keine Straßen. Das ist Europa. Das ist die alte Welt. Und die neue? Ist das Asien? Fahren wir nach Asien. Es liegt ja nur eine Station weiter. Gerade mal zehn Kilometer. Im Oral stoßen die Kontinente direkt aneinander. Und da sind wir schon. Station Asien. Stantia Asiatskaya. Wo ist der Unterschied zu Europa? Schneebeladene Holzhäuser auch hier. Aber auch Kinder. Und unvorstellbar für Europa ein Auto. Über 1000 Menschen leben hier. In Europa sind es nur 35. Der große Arbeitgeber des Ortes. Ein Sägewerk. Hier wird geschafft und Geld verdient. Davon können sie in Europa nur träumen. Asien ist ein tartarisches Dorf. Kein russisches. Wir haben wieder unseren Zug, den Rassian, gestiegen. Die Uralberge lassen wir hinter uns. Neue Bergrücken tauchen auf. Wir durchqueren Sibirien. Die Köchin Svetlana klopft die Steaks flach. Eine schreckliche Unsitte in Russland. Flach und durchgebraten. Wer die Mahlzeiten für die Reise mitbestellt hat, der bekommt sie auch auf Wunsch im Abteil serviert. So bleibt der Speisewagen meist leer. Auf der langen Fahrt ist genug Zeit für Geschichten. Und für Lebensgeschichte. Warum Pascot nun wirklich im Gefängnis saß, will ich wissen. Diese Aufnahmen habe ich als Marinejournalist gemacht. Sie zeigen, wie die russische Kriegsmarine ihren radioaktiven Müll im japanischen Meer versenkt. Das ist illegal, aber billig. Nach der Veröffentlichung fing der Ärger für mich an. Ich war Staatsfeind geworden. Das bin ich, zu besseren Zeiten. Als junger Offiziersanwärter. Damals diente ich nicht weit von Königsberg. Auf Diana, der Kleinen, der die Spielkameraden fehlen, wartet im nächsten Bahnhof eine Überraschung. Auch ihre Mutter Marina ist gespannt, ob alles so klappt, wie geplant. Tatsächlich, guck, da ist er. Dein Papa. Diana fremdelt noch. Und das ist auch schon das Abschiedsküßchen. Denn der Papa dient hier zeitweise als Offizier. Und die Familie wohnt 2000 Kilometer weiter östlich. Die Transip, das ist aber nicht nur persönlich. Wohnenverkehr, sondern vor allem Gütertransport. Baris ist Lokführer auf einem Güterzug. Bis zu 80 Waggons hängen an seiner Zugmaschine. Und dieses Ungeheuer auf Schienen steuert er auf schwieriger Strecke. Deshalb soll er sich vor der Fahrt ganz entspannen. Diese Sitzungen hat sich die Eisenbahnleitung ausgedacht. Der junge Lokführer gilt als einer der Tüchtigsten. Kürzlich sollte er befördert werden. Zum Aufseher über seine Kollegen. Aber Baris will nicht andere kontrollieren. Er will Lok fahren. So hat seine Karriere jetzt einen Knick. Aber das ist ihm egal. Die Strecke heißt die große Schlinge und gilt wegen der Kurven und Steigungen als besonders schwierig. Alles hängt natürlich vom Wetter ab. Wenn viel Schnee liegt, alles gefroren ist, dann können die Räder leicht durchdrehen. Dann kommt der Zug kaum den Berg hoch. Aber bei der Abfahrt geht's dann oft schneller runter, als man will. Im Nebel liegt der vielgerühmte Baikalsee. Wie Riesenschlangen binden sich die Lastzüge durch die große Schlinge mühsam herauf und herunter. Eisfischer versuchen ihr Glück auf dem zugefrorenen See. In ihrer Frühzeit überquerte die Transzip den Baikal. Im Winter verlegte man damals die Schienen einfach aufs Eis. Im Sommer verkehrte eine Eisenbahnfähre. Das war alles unpraktisch und schließlich baute man die heutige Strecke. Maiak, Leuchtturm, heißt das schrill Illuminierte. Es ist das neueste Hotel am See. Und das ist seine Besitzerin, Tatjana Kasakova. Hotelbesitzerin, Bürgermeisterin und mit Abstand die ehrgeizigste Frau am Baikal. Wir fahren zu ihrem Megaprojekt. In diesem Tal soll Baikal City entstehen. Auf 20 Hektar schaffen wir hier eine Sonderwirtschaftszone. 28 Hotels bauen wir. Ein Spaßbad, ein Kongresszentrum, Casino und was so dazugehört. Eben Baikal City. Natürlich habe ich wegen Baikal City auch viele Feinde. Die, die hier Land horten, ohne es zu nutzen. Die müssen das natürlich jetzt rausrücken. Klar sind die nicht auf meiner Seite. Noch ist alles nur ein Plan. Und noch fehlt ihr für Baikal City das große Geld. Aber die Unterstützung der einfachen Bürger sichert sie sich schon. Nur keine Proteste der Bevölkerung. Denn die wären Gift für Baikal City. Frau Kasakova eröffnet einen Sozialladen. Ein Discountgeschäft für arme Leute. Tatjana Kasakova steht ganz im Dienste der Bevölkerung. Die kauft indessen ein. Mit schönen neuen Geldscheinen. Frau Kasakova ist eine gute Politikerin. Und unterstützt die Bedürftigen. Auch Cash. Baikal City soll das Leben der Menschen bereichern. Und Frau Kasakovas Konto würde sich wahrscheinlich ganz schön verändern. Der Baikal aber auch. Wir sind in die Kinderstube der Transzib zurückgekehrt. Und bummeln gemächlich auf historischer Trasse. Heute fahren hier eine Vorortbahn und am Wochenende ein Schienenbus für Touristen. Das aber sind keine Touristen. Das ist Nastojashayaruskaya Schießen. Echtes russisches Eisenbahnleben. Dazu gehören Brot, Saft und gelegentlich ein Revolver. Was soll ich Ihnen schon erzählen? Wie wir leben. Wohin fahren Sie denn jetzt? Besuche den Sohn. Und woher kommen Sie? Von Kilometer 29. Was macht Ihr Sohn? Arbeitet ihr? Arbeitet. Bei der Bahn. Früher lebten wir besser. Da gab es alles bei uns. Gute Kindergärten und Kinderheime. Schulen und Spitäler. 30 Rubel waren mehr als heute 3.000. Rund um den Baikal heißt die Bahn. Das ist weit übertrieben. Das Benle umrundet gerade mal ein Zipfelchen des Riesensees. Die Ortschaften tragen hier merkwürdige Namen. Kilometer 29 nennt sich eine. Die Hälfte eine andere. Dort kommen wir jetzt an. Zum Zug gehört ein Laden, der die Menschen an der Strecke versorgt. Vor allem mit Brot. Warum Sie, die sonst fast ganz aus ihrem Garten leben, das Brot nicht selber backen, bleibt ein Rätsel. Viel kaufen Sie nicht. Zu teuer, sagen Sie. Und weit reichen Ihre Parubelmünzen auch nicht. Hier gibt es eben keine wohltätige Frau Kasakova. Der Ort, die Hälfte, soll auch nicht Teil von Baikal City werden. Irina braucht keine Frau Kasakova. Die 60-Jährige war Bauarbeiterin und spricht auch wie eine vom Bau. Sie ist Witwe und von Kerlen hat sie sowieso die Nase voll. Ich mache alles selbst. Man muss sich eben rühren. Da gibt es was zu tun und dort auch. So ist unser Leben, so beginnt es. Und so geht es immer weiter. Irina war bei der Bahn in Russland und als Straßenbauerin in Afghanistan. 1980. Auch damals herrschte dort Krieg. Ihr grasgrünes Häuschen ist eigentlich eine Kneipe. Nicht, dass die Einwohner des Ortes bei Irina einkehrten. Mit den meisten ist sie verkracht, weil die ihr das gute Geschäft neiden. Nein, Irinas zahlungskräftige Kundschaft sind die Touristen. Am liebsten Ausländische, die sie mit sibirischen Pelmeni fleischgefüllten Teigtaschen bewirtet. Aber auch Russen sind ihr willkommen. Ausländer sind um diese Jahreszeit ja eher rar. Lecker, lecker, lobt sie ihre Brühe. Sechs bis acht Gäste finden in der Stube Platz, in der Irina auch schläft. Gurken zum Zedernwodka. Die zweite Schicht der Kundschaft muss bei Stimmung bleiben, damit sie nicht zur Konkurrenz überläuft. Diese Strecke war eine ihrer Baustellen. Hier hat sie am Uferdamm des Baikals geschuftet. Überall habe ich bei der Bahn gearbeitet. Ich musste doch Geld verdienen. Wir wurden auch militärisch vorbereitet, weil die Bahn strategisch wichtig ist und geheim. Wir durften nichts ausquatschen. Es war die Strecke Wladiwastok-Moskau. Deshalb stand hier Militär. Und wo war der Feind? Der Feind. Bei uns gab es keine Feinde, nicht die Spur. In Russland und in der Sowjetunion stand die Bahn im Dienste des Militärs. Und die Bewohner der Ortschaft im Dienste der Bahn. Bei der Besetzung Afghanistans war Irina dabei. Freiwillig, sagt sie. Den Krieg, Jungs, den mochte ich aber nicht. Es war schrecklich, die Soldaten zu sehen, die ihre Arme und Beine verloren hatten. All die verstümmelten. Ja, ja, sie fahren noch, die alten Dampfrösser, sagte man uns. Doch betriebsbereit stehen die auch nicht herum. Drei Eisenbahn-Veteranen mussten ihre Dampflok für uns erst wieder klar machen. Nur wir Alten wissen noch, wie es geht. Die Jungen kriegen diese Loks gar nicht mehr in Gang. Mein Gott, sagen Sie, wie kann das Monstrum nur fahren? Es sind keine sowjetischen Loks, sondern US-amerikanische. Die USA schickten sie den Sowjets im Zweiten Weltkrieg als Unterstützung gegen die Deutschen. Wir besuchen Lokführer Vasilij Timofijewitsch zu Hause. Normalerweise bastelt Vasilij nicht an alten Feuerrössern rum. Normalerweise arbeitet der Rentner in seinem Garten. Erdbeeren und Kartoffeln, Weintrauben und Möhren, einfach alles. Wir brauchen buchstäblich nichts zu kaufen. Und dann zeigt er uns seine reich gefüllte Vorratskammer. Die ist allein der Lage wegen sehenswert. Oben der Mittelklassewagen. Unten geht's dann ans Eingemachte. Vasilij lebt mit Lidia Ivanovna zusammen. Seit 32 Jahren. In wilder Ehe. Doch auch ohne Trauschein bekocht Lidia ihren Vasilij nach allen Regeln der russischen Küche. Die Zutaten der Kohlsuppe stammen natürlich aus seinem Garten. Ihre wilde Ehe war in prüden Sowjetzeiten eigentlich unerhört. Und dann hatten die beiden auch noch einen Sohn. Aber einer, der amerikanische Dampfloks fährt, ist ja nicht sowieso fast ein Gesetzloser, zumindest ein Draufgänger. Lidia imponierte er. An einem Sonntag stand auf einmal ein wilder Kerl vor meiner Tür. Dreckig, struppig, russig. Kam direkt von der Arbeit. Dann erinnerte ich mich. Ach ja, ich hatte abends doch mit einem feschen Kavalier getanzt. Bist du das? Komm rein, kriegst was zu essen, sagte ich. Du gefällst mir? Er ging gleich zur Sache. Langsam, langsam, sagte ich. Trinkst du? Da bin ich nämlich streng. Nein, nein, nur manchmal zu festen. Ich habe mich nicht mehr zu festen. Wasili, der ehemalige Lokführer, und Lidia. Unverheiratet, aber glücklich. Musik Zugchef Wladimir hat seine Brigade, also die Schaffnerinnen und Schaffner, um sich versammelt. Die Besprechung ist kurz. Besondere Vorkommnisse? Keine. Mein ungewöhnlichstes Erlebnis hatte ich mit einer Hochschwangeren, die niederkam. Es ging so schnell und ein Arzt war nicht in der Nähe. Da hatte ich plötzlich das Neugeborene in den Händen. Als Erster. Doch die Nabelschnur abzuschneiden, traute ich mich nicht. Schließlich kam doch ein Arzt. Der Schrecken steckte mir noch lange in den Gliedern. Es könnte das Ende der Welt sein. Grigori Pasco hat an diesem Ende der Welt leben müssen. Hier hat er gesessen. War es wirklich hier? Jetzt erscheint ihm auf einmal alles fremd. Aber damals saß er ja drin. Von außen kannte er das Gefängnis gar nicht. Nein, er hat sich geirrt. Das war doch nicht sein Knast. Grigores Gefängnis liegt noch weiter außerhalb, hat man ihm gesagt. Wir finden schließlich den Weg zur Kolonie. So heißen in Russland die Straflager. Auch hier Stacheldraht und Wachturm. Um eine Drehgenehmigung im Lager haben wir gar nicht erst gebeten. Die hätten wir sowieso nicht gekriegt. Also sind wir auf einen Dampf vor dem Lager geklettert. In gebührendem Abstand und in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Bei 19 Grad Minus haben wir hier im Januar jeden Tag gearbeitet. Und 6 Uhr früh, Morgengymnastik. Draußen, im Frost. Das Schlimmste aber war nicht die dauernde Kälte und das ungenießbare Essen. Das Schrecklichste war das Fehlen jeglicher Moral. Nicht der geringste menschliche Anstand herrscht hier. Alle, auch die Militionäre und Geheimdienstler, waren moralisch verkommen. Gesetzlose. Pasko war politischer Häftling. Aber die Knasterfahrung teilt er mit vielen. Jeder zehnte Russe soll, ob schuldig oder nicht, irgendwann einmal gesessen haben. Das ist sein Revier. Und das ist er. Der Armortiger. Ganz nah sind wir ihm nun. Und da ist auch noch ein Junges. Was aussieht wie freie Wildbahn, ist doch ein Gehege. Victor Judin ist Biologe. Er hat vor Jahren zwei Tigerjunge in seine Forschungsstätte aufgenommen. Ein Pärchen. Das Muttertier hat einen Wilderer getötet. Das Pärchen bekam in Victors Tierpark selber immer wieder Junge. Almas, der jüngste Spross, schnurrt wohlig, wenn Victor ihn streichelt. Ganz. Kätzchen. Die Armortiger sind bedroht von Wilderern und dem Holzraubbau. Ich sage den Verantwortlichen immer wieder, dass die Tiger geschützt werden müssen. Dass die Wälder, wo sie leben, erhalten werden müssen. Sonst gibt es Tiger bald nur noch hinter Gittern. Dann werden meine Tiger die letzten sein. Es gibt ein paar Programme für die Produktion der Landwirtschaft und so weiter. Eine der letzten Stationen auf unserer langen Bahnreise. Nun liegen nur noch ein Tag und eine Nacht vor uns. Die Schaffnerin Marina hält den gelben Stab raus. Das Zeichen dafür, dass in ihrem Waggon alles in Ordnung ist. Kein Passagier fehlt, wir sind alle an Bord. Sie verschläft gerade eine der größten Sehenswürdigkeiten. Die große Amorbrücke, die weitaus längste auf der Transsip. Unsere Endstation, Wladivostok. Auch Pasko steigt hier aus. Mehr als 9000 Kilometer von Moskau entfernt. Wir verlassen den hübschen Bahnhof und Pasko zeigt uns, wo er vor seiner Haft in Wladivostok gewohnt hat. Wladivostok war lange eine geschlossene Stadt. Für Ausländer und die meisten Russen verboten. Als Marineoffizier lebte Pasko in diesen Wohnblocks, deren Fassaden an die Tarnfarben der Kriegsflotte erinnern. Dort rechts wohnte mein Richter. Nach dem Urteil gegen mich besaß er plötzlich einen neuen, großen Jeep, statt seines alten Kleinwagens. Und da wohnte mein Ankläger, ein Admiral vom Geheimdienst. Morgens trafen wir uns im Hof und fuhren zusammen zum Gericht. Richter, Ankläger und ich, der Angeklagte. Und dann gingen wir nach Souditz. Russland nochmal neu und ganz kennenzulernen. Das war Paskos Grund zu reisen. Dabei haben wir Pasko kennengelernt und damit Russland. In Wladivostok trennen sich unsere Wege. Wladivostok heißt auf Deutsch, beherrsche den Osten. Nicht nur ein Name, ein ganzes Programm zur russischen Eroberung des Nordpazifiks und Chinas. Ins Reich der Mitte führt uns morgen der zweite Teil unserer Reportage. Vom Schwarzen Drachenfluss in Pekings verbotene Stadt. Vom Schwarzen Drachenfluss in Pekings verbotene Stadt. In Wladivostok Musik Musik